Normalerweise animiere ich euch ja in meinen Videos, euch selbstständig zu machen. Und wenn ihr ein Gewerbe anmelden müsst oder euch als Freiberufler direkt beim Finanzamt anmeldet, dann empfehle ich euch auch in der Regel, euch möglichst früh selbstständig zu machen, weil es erst ab dem Zeitpunkt der Anmeldung tatsächlich auch unbeschränkt möglich ist, dass ihr Betriebsausgaben absetzen könnt. Aber es gibt eine Ausnahme und die ist genau jetzt. Und in diesem Video sage ich dir, warum du dich jetzt nicht selbstständig machen solltest. Und zwar genau jetzt, am Ende des Jahres. Denn es gibt durchaus ein paar Nachteile, sich am Ende eines Jahres selbstständig zu machen. Und genau darauf möchte ich einmal eingehen. Und der erste Punkt ist die Steuererklärungspflicht. Wenn du selbstständig bist, dann hast du ja eine ganze Reihe an Verpflichtungen, die du so als Angestellter nicht hast. Du musst eine laufende Buchhaltung machen, du musst eine Einnahmenüberschussrechnung machen, du musst auch eine Einkommensteuererklärung abgeben, du musst eine Umsatzsteuererklärung abgeben. Und wenn du Gewerbetreibender bist, musst du auch eine Gewerbesteuererklärung abgeben. Und auch unterjährig musst du z.B. Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben. Das große Problem sind aber vor allem die Steuererklärungen. Und ich sehe das regelmäßig, dass irgendwelche jungen, ambitionierten Gründer sich beispielsweise am 16. Dezember eines Jahres selbstständig machen. Und dann stellen sie fest, später im folgenden Jahr, wenn sie die Steuererklärung machen, dass sie für diese 14 Tage, die sie in diesem Jahr noch selbstständig waren, für das gesamte Jahr eine Steuererklärung machen müssen. Und halt nicht nur eine, sondern alle zwei oder drei Steuererklärungen, inklusive Umsatzsteuervoranmeldungen usw. Und in den allermeisten Fällen wäre es ohne Probleme möglich gewesen, die Selbstständigkeit dann erst im Januar anzumelden und im alten Jahr, also jetzt in diesem Jahr, noch so vorbereitende Tätigkeiten auszuführen. Und alle Kosten, Einnahmen und auch die eigentliche Anmeldung der Selbstständigkeit erst im neuen Jahr durchzuführen. Damit sparst du dir eine ganze Reihe an Aufwand, weil Steuererklärungen werden halt immer für ein Kalenderjahr abgegeben. Und selbst wenn du in diesem Jahr nur an einem einzigen Tag selbstständig warst, dann musst du für das gesamte Jahr halt eine Steuererklärung abgeben. Entweder musst du sie dann selbst machen und eindlicherweise ist eine Steuererklärung für einen Tag genauso aufwendig, wie die Steuererklärung für das ganze Jahr bzw. du machst sie ja sowieso für das ganze Jahr. Und wenn du einen Steuerberater hast, wird die Rechnung für den Steuerberater auch nicht günstiger werden, weil du in diesem Jahr nur so 1, 2, 3 Tage oder Wochen selbstständig warst. Du wirst ganz normal die Steuerberatergebühr bezahlen müssen. Deswegen aus dem Gesichtspunkt ergibt es Sinn, sich unter Umständen darüber Gedanken zu machen, ob man die Anmeldung seiner Selbstständigkeit vielleicht in den Januar schieben sollte. Ganz häufig höre ich dann von Gründern aber das Argument, dass man in diesem Jahr ja noch investieren möchte und die Kosten dann ja in diesem Jahr noch steuerlich wirksam ansetzen kann. Das stimmt zwar theoretisch so, aber gerade bei großen Investitionen ist der Effekt gar nicht einmal so groß. Denn bei großen Investitionen, beispielsweise so einem Auto, musst du die Anschaffungskosten ja sowieso über den ganzen Zeitraum abschreiben. Das heißt, du musst die Anschaffungskosten über mehrere Jahre aufteilen. Wenn wir uns beispielsweise mal ein Auto anschauen, das heißt, du kaufst dir für 60.000 € ein Auto, dann kannst du nicht die 60.000 € zum Zeitpunkt der Anschaffung in deine Buchhaltung packen, sondern im ersten Jahr halt nur 10.000 € und in den fünf folgenden Jahren auch jeweils 10.000 €, bis quasi die 60.000 € Anschaffungskosten verbraucht worden sind. Das Ganze gilt allerdings unglücklicherweise nicht auf Jahresbasis, sondern du musst das monatsgenau ausrechnen. Das heißt, wenn du dich erst im Dezember selbstständig machst, dann kannst du bei unserem Beispiel nicht 10.000 € absetzen, sondern ein Zwölftel von 10.000 €, weil der Dezember halt nur noch ein Monat ist. Das heißt, die Möglichkeit, mit Investitionen Steuern zu sparen am Jahresende, die ist durchaus eingeschränkt, weil du die Anschaffungskosten halt monatsgenau aufteilen musst. Und es gibt bei Gründungen am Jahresende auch noch so ein paar Steuerfallen, die gerne einmal übersehen werden. Es gibt z.B. einige Jahresgrenzen, die man vielleicht als Gründer gerne einhalten möchte. z.B. die Kleinunternehmerregelung. Die Kleinunternehmerregelung sorgt ja dafür, dass du keine Umsatzsteuer zahlen musst. Und grundsätzlich kannst du die Kleinunternehmerregelung wählen, wenn du im Gründungsjahr unter 22.000 € Umsatz bist. Und vielleicht schreibst du als Gründer jetzt am Anfang erstmal eine große Rechnung und freust dich, wenn ich im Dezember gründe, dann ist das ja super, dann kann ich ja in diesem einen Monat 22.000 € Umsatz machen und kann dann im nächsten Jahr ja immer noch die Kleinunternehmerregelung wählen. Und da muss ich dich leider enttäuschen, du musst den Umsatz für die Kleinunternehmerregelung tatsächlich auf das ganze Jahr hochrechnen. Das heißt, im Dezember darfst du nur ein Zwölftel von 22.000 € Umsatz machen, um in der Kleinunternehmerregelung zu bleiben. Das heißt, wenn du im Dezember nur Einnahmen von 2.000 € hast, dann musst du das quasi auf das ganze Jahr hochrechnen. Das heißt, du rechnest die 2.000 € x 12 sind 24.000 €. Dann fliegst du tatsächlich schon aus der Kleinunternehmerregelung raus, und zwar zum 1. Januar des nächsten Jahres. Das heißt, du warst tatsächlich nur einen Monat in der Kleinunternehmerregelung. Und das Ganze ist natürlich ein bisschen einfacher, wenn du im Januar gründest, weil dann hast du ein ganzes Jahr und dann gilt natürlich die gesamten 22.000 €, und nicht nur dieser Bruchteil von 22.000 €, um tatsächlich auch in der Kleinunternehmerregelung zu bleiben. Und dann gibt es noch abschließend einen Punkt, den du auch unbedingt im Blick haben solltest, der für dich auch sehr nachteilig sein könnte, wenn du erst am Ende eines Jahres gründest. Und zwar gibt es bestimmte Fördertöpfe, und bei diesen Fördertöpfen gibt es quasi Jahresbudgets. Also das Land, die Gemeinde, der Bund, der überlegt sich bestimmte Fördertöpfe. Und diese Fördertöpfe sind dann halt beispielsweise im Bundeshaushalt für 2023 oder 2024. Das heißt, diese Auszahlung dieser Fördertöpfe ist gelegentlich auf Jahresbasis. Und wenn du beispielsweise zwei Jahre lang eine Förderung bekommst, dann musst du unbedingt einmal ins Kleingedruckte schauen. Das steht nämlich manchmal im Gründungsjahr und im folgenden Jahr. Das heißt, du bekommst zwei Jahre Förderung, aber zwei Jahre bedeutet dann halt nicht 24 Monate, sondern nur das Kalenderjahr der Gründung und das folgende Kalenderjahr. Und wenn du dann im Dezember gründest, dann hast du dir leider ins Knie geschossen, weil wenn du dann im Dezember gründest, dann ist das Gründungsjahr ja nur noch der Dezember. Das heißt, du bekommst unter Umständen signifikant weniger Fördergelder. Das Ganze kann man nicht so pauschalisieren. Zum Beispiel der Gründungszuschuss, den du von der Bundesagentur für Arbeit bekommen kannst, der wird immer monatsgenau berechnet. Aber das ist ein Punkt, den du unbedingt im Blick haben solltest, wenn du dich auf Fördergelder bewerben möchtest. Zusammengefasst kann man also sagen, es gibt durchaus ein paar Nachteile und auch Stolperfallen, wenn du am Ende eines Kalenderjahres gründest. Und wenn du deine Gründung auch noch ein oder zwei Monate aufschieben kannst, einfach weil du vielleicht noch Konzeptarbeit leisten kannst oder weil es bestimmte Kontakte gibt, die du erst einmal aufbauen musst usw., dann kannst du das ja heute schon starten. Dann würde ich aber die Registrierung deiner Selbstständigkeit eher auf den Jahresanfang vom nächsten Jahr schieben. Wenn du zu dem ganzen Thema noch Fragen hast, dann schreib mir gerne einen Kommentar unter diesem Video. Und wenn du Hilfe bei deiner Gründung, bei deinen Steuern oder bei deiner Buchhaltung brauchst, dann schau unbedingt einmal unten in der Videobeschreibung vorbei. Ich habe dir da einige hilfreiche Angebote verlinkt. Oder du klickst einfach einmal direkt hier. Aber du kannst natürlich auch erstmal die weiteren Videos auf diesem Kanal anschauen, z.B. dieses hier oder dieses hier.